Bumbeer. Leute, schauen wir vom Acken ab. Manche kommen Muppe da. Da kommt Bumbeer. So, warte mal, ich freu dich jetzt mal schnell. Wir müssen mal gucken, was so eine Muppe... Ach, hör doch mal zu fotografieren. Du wolltest arbeiten, du Witzhaut. Das ist halt schon gar nicht zu filmen.